die brutale gehen muss verstehen ich meine wir haben so viel fangen wir mal zu dem jungs hin So, ab geht die Pust. Brüder und Schwestern, hier ist Fais-Kürat mit Rabbi Rayrana. Es ist kein Geheimnis, dass Fais-Kürat finanziell nicht gut da steht. Aber wenn es nach Armeen... Ich rede von Schulen, Krankenhäusern, Geld, um Ärzte und Leber zu bezahlen. Und wer weiß, vielleicht sogar für Schutzimpfungen. Klar, das wäre alles Drogengeld. Aber das ist okay. Und wisst ihr auch warum? Weil Drogen Spaß machen. Richtig, genau. Rabbi Rayrana wiederholt doch mal. Drogen machen Spaß. Und wisst ihr, was mir an Drogen am besten gefällt? Sie funktionieren... Ja, genau. Aschisch und Box. Es funktioniert. Dafür braucht man keine Vertreter. So eine Nachricht verbreitet sich über Mundpropaganda. Scheiß auf Immobilien. Kluge Leute investieren in Opium. Mensen holen lieben ihr Leben für Drogen. Würden wir eigentlich tun, wenn sie nicht überzeugt wären, dass es das wert ist. Und solange wir diesen Drogenboom haben, sag ich euch... Mit Kürat geht es bergauf. Nicht einschlafen, Leute. Wir hören uns. Hey! Ich wünschte, wer auch immer den Außenposten befreit hat, hätte auch die Leichen weggeräumt. Ich hasse es, Leichen anzufassen. Ich bin froh, dass du dich immer versuchst. Danke. Ich hab keine Ahnung von Autos. Ich auch nicht. Aber passt schon. Und weiter geht die Heise! Oh, mein Gott. Ja, ihr liegt an ihm! Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, aber anscheinend gibt es einen verrückten Kinderinführer mit einer Vorliebe für Masken. Ich hätte Masken sind sein Markenzeichen. Das ist ein Hilferuf. Die Royal Army bringt in unseren Außenposten ein. Die Situation ist kritisch. Bitte melden! Du wirst ja nicht, wie ich aussehe. Ich habe den perfekten Schleier des Geheimnisses vor. Aber Spielkarten werden zu Klischee haben. Masken gibt's. Masken! Was ist das für mich? Es ist nicht so, dass wir zu tun machen. Viel Platz mit zu tun! Was ist das für mich? are der Futter! Was ist das für mich? Ich bin ein Futter. Ich bin ein Futter. Ich bin ein Futter. Nein, sie schau's in mich. Ich bin ein Futter. Weiter Druck machen! Wir kriegen ihn! Nicht gut! Nicht gut! Vorwärts, Jungs! Hilfe! Ich wollte Hilfe! Nein, nein, nein! Du bist tot! Du hast schon verloren! Du bist bereit! Falsches Ziel! Stellung! Feuer frei! Nein! Das ist das Leben nicht! Du hast den Internet! Komm mal! Du! Ich zieh ihn ins Gesicht! Was ist das? Geflüge aufs Landau! Kommt! Schneller! Hey! Wir gehen durch! Ich muss die Koffer auf! Verspielen! Uff! Armin! Kommt! Kommt! Geflüge auf! Geflüge auf! Wir ziehen uns zurück! Tuch! Das kommt davon, wenn man helfen will! So! Dann machen wir das Ganze nochmal! Nochmal! So! Auf alle Kämpfer in der näheren Umgebung! Unser Außenposten wird von der Royal Army überrannt und wir brauchen so viel Verstärkung wie möglich! Kommt schnell! Niederwetter! Hilfe! 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 Feiert ihr! Geht ihr euch auf? Oder fliegen wir! Geht ihr euch auf? Feiert ihr! Geht ihr euch auf? Wir nehmen es mit jedem auf! Geht ihr euch auf? Geht ihr euch auf? Geht ihr euch auf? Bewegung! Sie sind besser als die ich! Auf uns! Auf uns! Geht ihr euch auf? Geht ihr euch auf? Ich brauche Hilfe! Hört nicht auf! Schieß weiter! Drücke vor! Los! Los! Na komm! Wirf du Dreck sack! Der war für meinen König! Ich sagte, töte den Kerl! Hier ist ein schmaler Grat! Unter Beschuss! Geht ihr euch auf? 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 Was ist Herrlyth als Hangar? Ja, aber das passiert. Hey, warum gehst du denn weg? So, aber... Ich schau mal, wo ist denn mein Haus? Wir müssen da noch einiges umbauen. Kohle haben wir ja genug. Ein Verkäufer. In Beleuchtung. Was haben wir noch für alles da? Wie viel Kohle haben wir denn überhaupt? Helikopter. Ah, ja. Mein Garten, der blüht. Da haben wir ja schon fast alles. Fertig. Ich mach mal hier hoch. Schweinchen. Die fühlen sich wohl. Der Baum ist auch super. Da fährt bloß nach der Garten. Irgendwo komm ich wieder runter? Ja. So mein Freund, komm her. Ja. Gut. Gut. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020